Hallo, ich hätte gern ein halbes Pfund Schnitzeltes. Oh Monsieur, ich mach dir ein Angebot, was du nicht ablehnen kannst. Eins müssen sie über mich wissen. Eigentlich wollte ich nur Schauspieler werden. Ich bin der König der Welt! Ich liebe es, mich zu verwandeln. Wenn ich vor einer Kamera stehe, dann verschmelze ich mit meiner Rolle. Du laberst mich an? Ich bin der einzige, der hier ist. Mein Ehrgeiz, Erfolg zu haben, war sehr groß. Alles musste immer perfekt sein. Vielleicht habe ich es hier und da auch etwas übertrieben. Ich will, dass das Klo so sauber und auf Hochglanz gebracht ist, dass die Jungfrau Maria sich freuen würde, hier herabzusteigen und ihren Haufen zu setzen. Hallo Freundchen! Leiden Sie die Jungfrau Maria aus! In meinem Kopf wurden die Szenen, die ich spielte, zu meiner Realität. Ich musste einen Weg finden, es wieder unter Kontrolle zu bringen. Ich war so weit, das Filmemachen aufzugeben. Ich habe meine Kamera beerdigt. Aber dadurch wurde es nur noch schlimmer. Kameras sind heutzutage einfach überall. Hallo ihr Lieben, wir sind gleich da! Mein Schatz, sie fährt mich! Sag auch mal was! Gib mir das Handy! Gib mir das Handy! Die Cops sind hinter uns her! Hey! Mein Guckbedarf! Hey! Das was jetzt passiert, wenn ich eine Kamera sehe, ist einfach unbeschreiblich. Nicht nur ich verwandle mich. Das ist Sparta! Viele Felder, Altstadt! Alles um mich herum tut es auch. Ich kann dem nicht entkommen. Halt an Schatz, halt an! Scheiße! Sie sind mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren. Steigen Sie bitte aus! Gibt's ein Problem, Officer? So, den Führerschein und die Fahrzeuge... Können Sie mal bitte hier hinein sehen? Es wurde ein Teil von mir. Film ist ein Teil von mir. Lass mich hier wieder raus! Mensch! Mensch! Das ist ein Teil von mir! G Reverend Ja! Gut! Das war ziemlich genauer. Ja! Ja! Ich bin lieber, was war. Es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Sie sind ja selbstfôngig, Möge! Du bist kein Tag, Ich bin lieber! Ich bin lieber, Leck mich doch am Arsch, Mensch! Wir drehen hier einen Film!